Das war vielleicht nicht allzu klug, da einfach reinzulaufen. Aua! Wow! Hallo! Steh auf! Nein! Einfach mal von ihr weitermachen. Aha. Falsche Richtung. Das war natürlich genial. Kann es nur so sagen. Wieso sind die auch da, diese dummen Leute? So, hier waren Granaten drin. Hier war... Skom-Munition. Super. Hier ist... Eine Fama? Wart mal. Okay. Deshalb in aller Welt habe ich jetzt auch noch vermassen bekommen. Wie laut. Wart mal. Wow! Wow! Okay. Das ist ja vielleicht mal ne geile Waffe. Oh, scheiße. Ja, dann würde ich sagen... Nein. Gehen wir mal schnell hier rein, bevor der Typ mich erkennt. Und... Ja. Das war knapp. Und, äh... Vielleicht nehme ich doch lieber meine kleine Skom. Im ersten gab es noch einen Level 2 Zugang, soweit ich weiß. Ah, super. Nein! So. Level 1 Zugang. Hoffe ich mal. Oder irgendwie sowas. So. Was habe ich jetzt eigentlich hier alles? Was? Ich habe ne Famaß. Ich habe Granaten. Stun-Granats. Da. Komm. Okay. So. Da steht einer. Und... Das war's fürs erste, was ich gesehen habe. Also... Hier hoch und... So. So. Na, komm. Hau schon ab. Feine Kamera. So. Und... Schön wegschmeißen. So. Fahrt hier irgendwas? Nein. Einfach nur drei Granaten. Okay. Stehen da oben sogar Leute. Das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Ich kann ja auch aus der Ego-Perspektive nicht abschießen. Das ist ziemlich schade. Also... Das ist Level 4. Und da unten ist nur eine Tür. Na? Der wird nicht garantiert sehen. Oder? Nein, wird er nicht. Gut. Nein! Dummherr. Nein! Der hat mich gesehen. So, haben wir noch Rotations? Nein. Natürlich. Haben wir verkackt. Können wir das gerne nochmal versuchen. Eins. Da ist noch eine Level 1 dafür. Wir haben einen Schalldämpfer. Freigeschaltet. Sonst ist hier aber nichts. Oder? Ich könnte höchstens hier vorne hingehen. Nein. So. Das muss ich jetzt nicht sehen. Scheiße. Nein. So. Nein! Der hat mich auch gesehen. Oh, super. Naja. Zumindest kann ich von hier aus wieder anfangen. Einfach mal laufen. Das ist kommen wohl nichts. Nein. Bleibst du nur da unten stehen. Der kommt nämlich wieder. Oder nicht. Oder nicht. Das ist alles gut. So. Der hat mich nicht gesehen. So. F1. F1. Nein. Das ist F1. Und das war's. Ach ja. Der kommt ja hier hin. Da kommt noch einen weiter. Und dann geht er wieder. So. Jetzt ist der Zeit. Oh nein. So. Oh. Super. Wir kriegen es einfach nicht. Das kann doch einfach... So, da sind wir wieder. Ähm, ja. Komm schön hin. Perfekt. Und aufstehen. Aufstehen. Ah, nein. Genial. Geil. So machen wir das endlich. Jetzt? Ah, hier konnte ich nicht vorbei. Aber jetzt konnte ich... Ah. Hier weiter. Oder ist das... Mein Diktator. Äh. So. Ja, du siehst mich nicht, denn du bist blind. Ruf ich mal einfach. Ganz schön. Ah, hier geht es ja nicht weiter. Manometer. Kann ich den hier wieder hoch? Ja. Manometer. Ist das super. Kann ich jetzt eigentlich jemanden anrufen? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. in front of my eyes. Snake, now that the terrorists have both detonation codes, the only way to stop a nuclear launch is to either use the detonation code release keys that Meryl's holding, or... or find the Metal Gear Chief Engineer that President Baker mentioned, Hal Emmerich. In any case, you should contact Meryl by codec. Wasn't her frequency written on the back of the CD case? Natürlich war sie das. Ähm... Mind Detector Disk MMO describe optical disk containing Metal Gear Data Okay... Wie kann ich denn das jetzt öffnen? Oder sehen? Warte mal, da war doch gerade ein PC. Konnte ich nicht da rangehen? Ich gehe auf den einfachste Weg. Ganz still sein.